Hey Leute, ich habe mal wieder was zu berichten und zwar habe ich hier unser Weidenrindentee getrocknet und im Einmachglas kommt der in den Kühlschrank. Und ich habe was ausprobiert und zwar habe ich den Zunderschwamm abgekocht, eine Stunde stehen lassen und den Sud abgefüllt in eine Shampooflasche und habe das Ganze dreimal in eine volle Flasche, also einen ganzen Liter, habe ich abgekocht, dreimal auf die Kopfhaut aufgetragen, über dem Waschbecken, über der Badewanne und habe das einmassiert in die Kopfhaut, den Sud. Und muss sagen, es tut richtig gut dem Haar und der Kopfhaut auch. Probiert es mal aus. Schönen Sonntag euch. Ciao, ciao.